So, guten Morgen zusammen und ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop, aber heute gibt es halt leider keinen Shop, da die Surfer bereits runtergefahren sind und alles auf Season 6, Season 6, Season 6 jetzt umgestellt wird, aber was ich sagen wollte, vielen Dank an alle, die mich bisher unterstützt haben und ihr wisst ja, wenn ihr mich weiterhin unterstützen wollt, gerne meinen Creator-Code benutzen, ynt-familyhack, auch wenn ihr euch den neuen Battle Pass gönnt, wenn ihr dann endlich mal in ein Spiel reinkommt, wir wissen ja immer, in letzter Zeit, also die letzten Seasons hat es ja eigentlich immer gut geklappt, da waren die Surfer meistens um 9 bis 10 Uhr wieder online, aber es sind alles nur Menschen, vielleicht wegen Corona, also wenn sie um 10 Uhr noch nicht online sind, bleibt entspannt, es wird heute auf jeden Fall losgehen, ob ich selber heute live gehen kann, kann ich euch noch nicht genau sagen, weil ich werde natürlich für YouTube ein bisschen was zusammenbasteln, dass ich natürlich auch wieder Content habe, direkt was die neue Season, wo hat wer Probleme, wie werde ich leveln, aber wenn ich das soweit alles fertig habe, kann ich euch jetzt noch versprechen, wir werden viele, 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 viele Runden Fortnite spielen, weil ich will halt am Anfang einfach nur stumpf leveln, einfach leveln, Battle Pass hochknallen und natürlich alles freischalten, was freizuschalten ist, könnte natürlich ein bisschen schwierig werden, aber ich denke mal, das kriegen wir schon insgesamt auch zusammen hin, So, dann wie gesagt, nochmal danke an jeden Einzelnen, ich würde euch gerne den Shop zeigen, ich habe gesehen, einige haben es noch geschafft heute Nacht, aber ich habe mir gedacht, nee, ich stehe nicht um 1 Uhr auf oder um 2, ich weiß gar nicht, wann der Shop sich jetzt genau aktualisiert und mache dann extra ein Shop-Video, ich muss ja auch noch arbeiten und in dem Sinne, alle, die die Möglichkeit haben, jetzt schon zu spielen, auf jeden Fall euch viel Spaß und ich denke mal, wir sehen uns heute Abend, aller, aller spätestens natürlich morgen dann und in dem Sinne, euch schon einen schönen Tag und haut rein! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!